Hallo und herzlich willkommen zu meinem Review der Sony UBP-X800 4K Ultra HD Blu-Ray Players. Na dann starten wir gleich mal. Gleich wenn man die recht stabile Schachtel öffnet, merkt man wie intelligent der Player verpackt ist. Anstatt wie üblich das Produkt einfach zwischen zwei Styroporstücke zu sandwichen, hat Sony beim UBP-X800 einen Plastikstreifen um das ganze Paket geschnürt, sodass man ganz einfach den gesamten Inhalt aus der Verpackung nehmen kann, ohne zu befürchten, dass etwas herunterfällt. In der Schachtel finden wir eine Fernbedienung mit Batterien, die Bedienungsanleitung, den Blu-Ray Player und natürlich den 4K Film Inferno. Abgesehen vom fest verbauten Stromkabel werden allerdings keine weiteren Kabel mitgeliefert. Der Player macht einen soliden Eindruck, was nicht nur dem beachtlichen Gewicht zuzuschreiben ist, sondern auch der schlichte und stylische Look kann sich sehen lassen. Sony verzichtet komplett auf erhabene Knöpfe und eine sichtbare CD-Lade. Stattdessen sind die Knöpfe fürs Ein- bzw. Ausschalten und zum Ladeauswerfen schön ins Design integriert. Die Lade verbirgt sich hinter dem Plastikpanel auf der Vorderseite, welches herunterklappt. Einerseits sehr stylisch und andererseits gut, um Staub im Player vorzubeugen. Gleiches passiert mit der Abdeckung des USB-Slots, über den nebenbei bemerkt externe Medien wie Festplatten oder USB-Sticks ausgelesen werden können. Auch vorzuheben ist die beinahe Geräuschlosigkeit des UBP-X800. Das ist auch eines der Features, die Sony direkt adressiert hat. In den letzten beiden Wochen hatte ich den Player täglich in Betrieb. Währenddessen habe ich selbst keine Geräusche vom Player wahrgenommen. Nun zum Wesentlichen. Wie sieht der Player aus? Also, wie ist das Bild? Gestochen scharf und so flüssig wie nie. Ich kann euch in meinem Review schlecht zeigen, wie flüssig und scharf das Bild ist, vor allem, wenn dieses Review mit nur einem Viertel der möglichen Auflösung daherkommt. Dementsprechend müsst ihr meinem Urteil vertrauen. Die 4K Ultra HDs sind atemberaubend anzusehen, vor allem wenn man einen geeigneten 4K-Fernseher besitzt. Hier ist außerdem darauf zu achten, dass euer Fernseher eine ausreichend hohe Bildwiederholungsfrequenz hat, da es ansonsten zu einem stotternden Bild kommen kann. Die Farben sind durch die High Dynamic Range so saftig wie nie und das Bild flüssiger, als ich es je gesehen habe. Auf der Rückseite des Players finden wir erstaunlich wenig. Ein fix verbaute Stromkabel, einen LAN-Port, zwei HDMI-Ports und einen Quarxial-Port. Das war's. Audio wird standardmäßig über HDMI übertragen. Wer allerdings eine geeignete Hi-Fi-Soundanlage hat, kann den Ton direkt über den zweiten HDMI-Port an die Anlage übertragen. So fällt der Fernseher als Mittelmann weg und die Soundqualität steigt bei entsprechender Soundanlage beträchtlich an. Mit zu den Features gehört Bluetooth, das nicht nur die Verbindung zu Bluetooth-Kopfhörern, sondern auch Bluetooth-Speakern und dergleichen ermöglicht. Wifi und ein eigener LAN-Port ermöglichen außerdem die Verbindung mit dem heimischen Netzwerk und dank der kostenlosen Sony Music Center App kann man vom Handy oder Tablet die verbundenen Lautsprecher ansteuern und so die ganze Wohnung oder das ganze Haus beschalten. Außerdem lässt sich dank des in Windows integrierten Media-Servers der Blu-ray-Player als Abspielstation für Fotos, Videos und Musik von jedem Windows-PC nutzen. Die Einrichtung ist super einfach und geht sehr schnell. Mehr dazu in einem eigenen Video. Auf was zu achten ist, wenn ihr euch den Sony UBP-X800 anschaffen wollt. Zum Ersten, ein geeigneter Fernseher muss her. Leider lässt sich es technisch nicht bewerkstelligen, auf einem Full-HD-Fernseher, also mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, die vierfache Auflösung darzustellen. Daher ist ein guter 4K-Fernseher mit hoher Bildwiederholungsfrequenz wärmstens zu empfehlen. Zum Zweiten, die richtigen Kabel. Und da beim Player keine Kabel mitgeliefert werden, müsst ihr euch selbst welche organisieren. Ein HDMI-Kabel mit 18 Gigabit Übertragungsrate wird von Sony empfohlen. Mit anderen Worten, geht in euer Elektronikfachgeschäft des Vertrauens und verlangt nach einem 4K-HDMI-Kabel. Sofern das Personal kompetent ist, werdet ihr das richtige Kabel in der Hand halten. Ältere HDMI-Kabel sind mit Vorsicht zu genießen, der ihr unter Umständen nicht das volle 4K-Erlebnis zu Gesicht bekommt. Nun, zu meinem Fazit. Der Sony UBP-X800 schlägt mit seinen 399 Euro UVP ordentlich aufs Geldbörsel. Dennoch bietet er mehr als nur die Funktion, 4K-Bleurys wiederzugeben. Der Sony UBP ist als Entertainment Station für den ganzen Haushalt zu betrachten. Wer also in die 4K-Welt eintauchen will, kann mit dem UBP-X800 nichts falsch machen. Mit den beiden getrennten HDMI-Ausgängen, einen für Bild und einen für Audio, ist auch ein späteres Aufrüsten auf ein Hi-Fi-Soundsystem möglich. Die vielen Funktionalitäten und Features des Players lassen eigentlich keine Wünsche offen. Er spielt alle gängigen Audio-, Video- und Fotoformate ab. Des Weiteren lassen sich natürlich auch alle gängigen Discformate abspielen. Der UBP-X800 besticht durch sein unaufdringliches Design, das gepaart mit der nahezu Geräuschlosigkeit und dem atemberaubenden 4K-Bild zu einem gelungenen Cocktail gestochen scharfen Entertainments zusammenfließt. Nun zur Bewertung. Für die Bildqualität kann ich getrost 10 von 10 Pixel vergeben. Keine Frage, Bild und Ton sind Spitzenklasse. Und auch wenn ich es versucht habe, ich habe in dieser Kategorie keine Abzüge feststellen können. Das Design des UBP-X800 ist unaufdringlich und simpel. Einzig die USB-Slot-Abdeckung hätte man besser gestalten können. Diese wirkt etwas flimselig und billig. Deswegen von mir hier nur 9 von 10 Pixel. Was die Handhabung des UBP-X800 angeht, muss ich der Fernbedienung leider einen Punkt abziehen, da sich diese im Gegensatz zum Player recht billig anfühlt. Die Menüführung und Einstellungsmöglichkeiten des Players überzeugen allerdings. Hier 9 von 10 Pixel. Die vielen Features haben auch 10 von 10 Pixel verdient, da der Player gelungen als Entertainment-Zentrale herhalten kann. Bei dem Preis muss ich 2 Punkte abziehen, da 399 Euro UVP doch sehr zu Buche schlagen. Im Durchschnitt ergibt das eine Wertung von 9,2 Pixel. Das war es mit diesem Review zum Sony UBP-X800 4K Ultra HD Blu-ray Player. Das muss man mal aussprechen können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war es mit dem Video. 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 Untertitelung. BR 2018